Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr späten Ansage, weil wir es vergessen haben. Mit mir dabei der Slega. Wir haben es nicht vergessen, wir waren im Kriegsrad. Ach ja. Wollt ihr hier nicht über den Hügel fahren? Also die Insel? Krieg raten, ja. Wir wollen den Krieg raten, ja. Ähm, 15 zu 0 für die Gegner. Ja, und unser Luchs hat gerade den Fehler gemacht, den ich auch um ein Haar gemacht hätte. Der ist nämlich den Hügel hier runtergefallen. Hat sich selber die Kette gezogen und Leben verloren. Interessiert dich auch nicht, ne? Ich bin konzentriert, ich führe eine Schlacht. Nein, du bist nicht konzentriert. Du tust konzentriert. Ja. Da ist er. I, da ist er. Wo ist da jemand? Hm, M4, irgendwas, der mir nur seinen Turm zeigt, der so ekelhaft dick gepanzert ist. Mist. Oh, ey. Hättest du nicht noch ein Stück weiter fahren können? Kommst du auch mal? Ich? Oder haust du gerade wieder an? Nee, ich hab mich gerade zurückgezogen wegen Rudi. Du fährst quasi den gleichen Panzer. Richtig. Aber den fahr ich. Aha. Ich muss euch ja auch feige zurückziehen. Nicht, dass sie erst mitkriegen, wo du langfährst, ne? Immerhin konnte ich einen Schuss landen. Treffer landen. Klugscheißen hier. Wer beschießt mich denn jetzt? Achtung, hier wird geschaffen. Ja. Achtung, es kommt ein Karton. Das ist doch... Jetzt ist es schon komplett gelaufen hier. So ein Blödsinn. Ich fahr dir nie wieder hinterher. Ups. Ich hab irgendwie gerade das Gefühl gehabt, das wäre mein erstes Gefecht gewesen. Ja, das allererst im BOT, ne? Ja. Ja. Also ich hab irgendwie gar nichts hingekriegt. Ich wusste überhaupt nicht, wo die Schüsse herkommen. Ich hab nichts gesehen irgendwie. Also... Boah. Moin, moin und willkommen. Wir haben hier ein neues Spiel gefunden. Das wollten wir heute zum ersten Mal testen. Ich weiß, das... Kennt das vielleicht jemand? Also ich nicht. Boah, ey. Gut, es ist das dritte Gefecht heute. Wir sind beide noch nicht da, aber trotzdem. Richtig. Das ist natürlich blöd für euch, dass ihr drei Tage warten müsst, bis wir da sind. Ja, der Svega und ich sind gerade ein bisschen dabei. Ich kann ja ein bisschen labern, wenn wir hier sowieso nur zugucken. Boah. Ähm, der Svega und ich sind gerade dabei, ein bisschen Folgen vorzuproduzieren. Hoffen wir jedenfalls, dass wir das hinkriegen. Ähm, weil ja so komische ominöse Feiertage bevorstehen. Und, ähm... Ja, das bedeutet, es gibt irgendwann eine Weihnachtsfolge. Huhuhu. Was? Ja, irgendeine Folge wird ja an Weihnachten kommen, oder nicht? Ach so. Was? Haben wir schon wieder ein Special? Haben wir das verstanden? Ja, nur erzähl weiter. Ich will hören, wie die Geschichte ausgeht. Ach so. Ich guck jetzt, wie der IES runterfällt und kaputt geht. Ach so. Der geht natürlich nicht kaputt. Das passiert nur mir. Was ist denn der? Ach so. Ach hier, das ist doch auch ein Premium, oder? Der T28HTC. Das ist dieser, den du bei den ganzen Missionen am Ende bekommen kannst. Wieso fährt denn hier ein T28HTC? Ist das nicht ein Tier-8-Panzer? Ja. Ne, ein T7. Ne, doch. Tatsächlich. Da würde mich auch mal interessieren, ob es den jemals gegeben hat, so wie der aussieht. Du meinst, dass sie den Bunker genommen haben, haben einfach Ketten drunter geschnallt und fuhr dann los? Ich muss ja sagen, er gefällt mir sehr vom Aussehen her. Ich schalte jetzt nicht hin. Na gut, ich schalte doch mal hin. Silber ist kaputt. Nein! Tja. Dann schalte ich halt auf die Zoo. Dann schalte ich halt auf den Tiger. Wir haben einen Tiger? Sag mal, sind wir im selben Match? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir gewinnen das auch noch. Ich fasse es nicht. Ja. Toll. Das ist dann der erste Tages-Sieg. Kann man sich noch schnell ausklinken hier? Wie viele Schaden hast du gemacht? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe jemanden mal angekratscht oder so. Steht das nicht bei dir links oben? Ich gucke nicht. Ich will es gar nicht wissen. Also wenn das da oben das ist, was ich gemacht habe, dann habe ich null Schaden gemacht. Ich habe immerhin 165 Schaden gemacht. An einem KV-13 wohlbemerkt. Ich bin so stolz auf dich. Ja, und ich erst... Immer für mein erstes Gefecht. Ja, für dein erstes Gefecht. Da war das natürlich eine exzellente Leistung. Ja, da ärgert der Tiger sich. Und jetzt kommt die Bittere Wahrheit. Ja. Hm. Hm. Du brummst schon. Ich sehe noch nichts. Oh Gott. Ich habe tatsächlich irgendwann einmal Schaden gemacht. Das ist ja mehr Punkt als ich. Ich habe auch aufgeklärt. Ach, den M4 habe ich geschädigt. Ich habe auch aufgeklärt. Ich habe auch aufgeklärt. Und ich habe sogar Hilfe bei Zerstören geleistet. Ja. Dein KV-13 übrigens. Das nächste Mal fährst du mir nicht hinterher. Nee, das tue ich auch nicht wieder. Ich bin ja so durcheinander. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Welche?